Ja, natürlich, es ist ein großes Spiel, vielleicht das hartste Spiel in der Bundesliga-Saison zum Allianz zu gehen. Aber die Vorfreunde ist da. Wir wollen gut spielen, kompetitiv zu sein, eine komplette Leistung zu haben. Wir wissen, etwas von Allianz zu nehmen. Wir brauchen fast eine perfekte Leistung und wir arbeiten für das. Ja, wir sehen einen sehr guten Auftakt von der Saison für den FC Bayern. Sie spielen mit großen Energie, großen Qualität, mit guten Ideen. Der Einfluss von Vincent hat bis jetzt sehr gut. So, ja, wir haben eine große Herausforderung morgen. Zu zeigen, unser höchstes Niveau, brauchen wir große Konzentration. Ich weiß und ich habe voll Vertrauen, dass Jona ist voll fokussiert, gut zu spielen morgen, die Mannschaft zu helfen. Er ist die Chefin der Abwehr, gut zu verteidigen und ein komplettes Spiel zu haben. So, es ist eine reine Sorge für mich. Weitern, auf die Schusskopfschule, exercitiv zu unterschreiben. So, es ist die Reine Sorge für mich. So, es ist die Falle eine große Herausforderung. So, es sind die Schusskopfschule, die Opa-Kunnerin ist, dass das ein Board-Kunnerin ist. Vielen Dank.